Und deswegen schauen wir auch mal auf eine sehr interessante Grafik, nämlich hier die teuersten Transfers aller Zeiten. Einige Franzosen mit dabei, wir sehen es, Mbappé, Dembélé und Griezmann. Also 180 Millionen. Wo würdest du dich einordnen? Also würdest du jetzt noch spielen? Also ich konnte Tore schießen und wenn ich das so sehe, muss ich sagen, so ein Hunderter Lachs wäre ich auch glaube ich wert mittlerweile. Natürlich, natürlich.